Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 30.800 US-Dollar. Wir haben einen langen Docht nach oben hinbekommen bis auf knapp 31.300 US-Dollar. Short wurde nicht getriggert. Wieso, weshalb, warum, werden wir uns jetzt auf jeden Fall gleich anschauen. Muss schon mal vorwegnehmen, ich habe gepennt, ich konnte den Trade einfach eh nicht machen. Aber uns bietet sich vielleicht nochmal eine kleine Chance, werden wir jetzt auf jeden Fall gleich im Update-Video anschauen. Außerdem ist die Korrektur möglicherweise abgeschrieben, war es das schon mit der Korrektur, gehen wir jetzt Richtung 34k. Auch das werden wir uns natürlich anschauen. Wir werfen einen Blick auf Ethereum und natürlich werfen wir auch einen Blick auf die möglichen Trades, die wir jetzt möglicherweise gleich eingehen könnten oder im Laufe des Tages. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video wie immer gerne einen Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoin. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. pp. Kommt da gerne rein und eine kleine Ankündigung. Ich habe es gestern schon dazu gesagt. Es gibt eine neue Aktionsseite zwecks dem Bing-X-Bonus von mir. Ihr habt weiterhin natürlich die Möglichkeit, euch anzumelden, 20 und 30 USDT-Trades for free zu bekommen, nur aufgrund massiver Bot-Angriffe. Also wir hatten teilweise hier 50 bis 100 Anmeldungen täglich aufgrund von Bots, die hier reingegymt sind. Deswegen gab es hier ein paar kleine Änderungen, die habe ich dann gestern noch in der Telegram-Gruppe dazu geschrieben. Es müssen jetzt zukünftig einfach 100 USDT eingezahlt werden. Ihr müsst kein KYC machen, daran liegt es nicht, aber eben 100 USDT einzahlen, damit man feststellen kann, okay, ihr seid kein Bot. Ist eine kleine Sicherheitsmaßnahme, damit überhaupt die Bonусы weiterlaufen konnten. Deswegen lieber so, anstatt KYC-Pflicht. Ihr müsst trotzdem mit diesen 100 USDT nicht traden. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen auch gestern diese kleine Ankündigung. Und ja, das wollte ich euch nur noch mal ganz kurz dazu sagen. Weiterhin die Aktionsseite ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Also Bitcoin momentan bei 30.800 USD. Wir hatten ja gestern oder die letzten Tage immer wieder den Plan 31.1 bis ungefähr 31.4, ungefähr die Trades eben zu setzen. Der Plan ist auch immer noch aktuell. Wir hatten eben heute früh diesen enormen Docht in Richtung 31.300 USD, der sofort abverkauft wurde. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem 15-Minuten-Timeframe an. Sehen wir sofort die nächste Candle wieder abverkauft worden mit massiven Short-Volumen, was da jetzt reingekommen ist. Das ist das positive Zeichen, was ich ein bisschen hervorheben möchte, weil eben hier immer noch die Chance ist, dass wir uns nochmal den Short hier oben in diesem Bereich eben triggern können. Die Supply-Zone wurde durchbrochen, deswegen können wir die mal wegmachen. Aber wie gesagt, dieses Hoch hier drüben bei den 31.400, 31.500 USD ist auf jeden Fall noch drin und darauf spekuliere ich auch derzeit noch. Ich wäre wahrscheinlich reingegangen, wenn ich zu dem Zeitpunkt einfach wach gewesen wäre, aber ich war ausnahmsweise zu dieser Zeit mal nicht wach. Das ist so der Nachteil an einem Freitag. Aber gut, wie gesagt, ich hoffe, dass wir uns eben diesen Bereich hier oben nochmal fischen, dass wir nochmal da hochkommen bis ungefähr 31.400 USD, dieses Hoch dann fischen und dann eben diesen Abverkauf in Richtung mindestens 29.200 bzw. 28.800 USD bekommen. Also die Short-Chance ist noch da, Long-Chance. Nachdem wir jetzt das dritte oder vierte Mal hier unten in diesem Bereich bei ungefähr 30.000 USD Support gefunden haben, würde ich jetzt in diesem Zeitpunkt jetzt erst einmal nicht mehr gehen. Bearish Divergence haben wir auch keine, die hat sich aufgelöst durch dieses höhere Hoch, auch mit Schlusskurs passt das sehr gut. Also wir haben über dem letzten Hoch geschlossen, zwar nur minimal, aber trotzdem. Deswegen warten wir jetzt hier erst einmal auf den Short-Entry. Und auf was achte ich? Wir haben gestern schon mal darüber gesprochen, das Open Interest. Momentan sieht das Open Interest, also wir haben hier oben den normalen Chart und hier unten eben das Open Interest. Open Interest ist gestiegen, aber noch nicht auf dieses neue Hochsiveau. So, deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall die nächsten Stunden ganz, ganz genau beobachten, wie sich das hier weiter verfolgt. Kriegen wir nochmal ein höheres Hoch hier rein, kriegen aber zum gleichen Zeitpunkt kein wirkliches Open Interest mehr rein. Das heißt, wir bewegen uns hier möglicherweise seitwärts oder nur minimal nach oben, ist das für mich ein eindeutiges Short-Signal. Und dann werden wir natürlich auch den Short dann setzen. Also das möchte ich nur nochmal anmerken, das sind jetzt für mich die Faktoren, auf die es ankommen wird für einen potenziellen Short. Natürlich, wenn wir jetzt im Endeffekt den jetzt gleich schon genommen hätten, hätte er die Fahrradkette. Deswegen dürfen wir uns jetzt darauf nicht zu stark versteifen. Wäre wahrscheinlich jetzt schon der erste Take-Profit genommen worden. Aber gut, wir warten jetzt einfach mal ab. Der Short ist auf jeden Fall immer noch aktuell. Ich warte einfach nur darauf, dass wir uns hier oben diesen Bereich holen. Was natürlich gestern auch noch stark war, war das Bruttoinlandsprodukt in den USA. Wir haben 2% Bruttoinlandsprodukt bekommen, also deutlich, deutlich über der Prognose. Das heißt, der Wirtschaft geht es noch sehr, sehr gut. Am Chart hat man daran nicht wirklich viel gemerkt, weder bei den Indizes noch bei Krypto. Aber man sieht einfach, okay, der Wirtschaft geht es Bombe. Und das deutet natürlich dann auch wieder darauf hin, wir sprechen immer mal wieder darüber, CME Group, unser FED-Meeting, beziehungsweise unser FED-Zinsentscheid. Mittlerweile gehen 86% davon aus, dass wir höhere Zinsen nochmal kriegen, beziehungsweise nochmal einen höheren Zinssatz. Das ist eingepriesen mittlerweile. Und Paul hat es jetzt auch nochmal, beziehungsweise zweimal jetzt angekündigt. Zwei Zinserhöhungen wird es dieses Jahr wahrscheinlich noch geben. Und wenn es der Wirtschaft einfach so Bombe geht wie hier, ja dann wird uns das auch nicht wirklich wundern. Aber warten wir jetzt erstmal noch ab. Charttechnisch, wie gesagt, würde ich mir jetzt das höhere Hoch wünschen. Sogar hier über diesen Top nochmal, damit wir ein schönes Doppeltop ausgebildet haben. Zieht sich jetzt zwar ein bisschen auf den 1-Stunden-Chart, auf den 4-Stunden-Chart sieht das deutlich besser aus, dann für eben dieses mögliche Doppeltop, was wir jetzt hier möglicherweise jetzt reinkriegen. Ich zeichne euch das mal ganz kurz an. Das wäre das Doppeltop mit einem höheren Hoch. Und dann würde auch unser Plan passen, mit den 31,5 bis 31,8 zu shorten. Dadurch verschiebt sich natürlich nochmal unser Entry, aber wir haben auch deutlich geringeres Risk, was sich hier ausspielen könnte. Ansonsten, Bearish Divergence könnte sich dann auch auf den 4-Stunden-Chart bilden, je nachdem, wenn wir dann dieses höhere Hoch kriegen. Der Docht sieht einfach zu geil aus, dass er nicht gefüllt werden könnte. Also, jetzt erstmal Kirche im Dorf lassen. Wir warten es nochmal ab. Open Interest im Auge, Volumen im Auge und vor allem den 1-Stunden- und 15-Minuten-Chart im Blick belassen. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier kriegen wir jetzt so langsam wieder ein bisschen mehr Impuls. Also die Range hier können wir absolut vergessen. Wir haben das 0,5er getestet und auch diesen Downtrend. Darüber haben wir ja gesprochen, auch vorgestern im Livestream mal ganz kurz, dass es wichtig wäre, dass wir den zumindest nochmal testen. Bitcoin hat es gemacht, beziehungsweise Bitcoin hat es noch nicht gemacht. Bitcoin hat noch bis 27k irgendwie Luft. Ethereum hat es schon mal gemacht, ist aber zu riskant gewesen, einfach hier diesen Bereich zu long. Ziel war einfach hier unten die 1.770, beziehungsweise mindestens die 1.800, einfach um das Golden Pocket zu testen. Deswegen wird jetzt auch hier das Short-Szenario immer wahrscheinlicher. Ziel weiterhin die 1.990 bis ungefähr 2040. Das ist die Short-Range für uns die nächsten Stunde. Bitcoin, wenn jetzt ein bisschen konsolidiert, beziehungsweise noch ein bisschen pumpt nach oben, zieht natürlich Ethereum dann auch nochmal mit. Also auch hier möchte ich es jetzt nicht zu weit in die Länge ziehen. Wir warten hier weiterhin auf dieses höhere Hoch, um das dann zu shorten. Und natürlich schauen wir dann auch mal hier ganz kurz auf das Open Interest. Wie verhält sich das? Kriegen wir deutlich mehr Open Interest dran? Mit steigenden Kursern, dann ist es wiederum positiv, da müssen wir vorsichtig sein. Sinkt das Open Interest, beziehungsweise kriegen wir hier eher so eine Seitwärtsphase, dann ist es hier immer mehr der Short-Indikator für uns, beziehungsweise für die nächsten Stunden. Ansonsten Litecoin, weil wir gerade schon ein bisschen die Diskussion in der Gruppe hatten, ähm, ja. Ist halt einmal ins Golden Pocket gekommen und hat dann halt sofort gezündet. Also keine Ahnung, wer es von euch mitgenommen hat. Wir hatten das im Livestream gesprochen. Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich hoffe, irgendjemand von euch konnte da irgendwas mitnehmen, weil mir tut es gerade schon wieder übelst weh. Ich weiß nicht, besser als hier in den 4-Stunden-Chart kann man hier eigentlich gar nicht reingehen. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem 15-Minuten-Chart an, wie sah es dort aus. Drei Kerzen oder knapp vier Kerzen im Golden Pocket und gestern hat dann, oder ja, heute Nacht hat dann die Kerze gezündet. 13 oder 14 Prozent ging es hier nach oben. In der Spitze waren es sogar knapp 15 Prozent. Jetzt sind es immer noch 11 Prozent. Golden Pocket getestet, Impuls nach oben bekommen. Also keine Ahnung, wer es von euch mitgenommen hat. Ich hoffe, jemand hat es mitgenommen und hat nicht die gleichen Schmerzen wie ich gerade. Ja, gut. Dann würde ich sagen, später kommt noch das XRP-Update-Video um 15 Uhr und die vierte Folge Crypto and More. Heute wieder eine interessante Folge. Heute geht es darum, woran scheitern Krypto-Neulinge. Also vor allem für neue vielleicht sehr, sehr interessant, aber natürlich auch für ältere Hasen im Krypto-Business, um das mal ganz ehrlicherweise so zu sagen. Also 12 Uhr Apple Podcast, 12 Uhr, Spotify, hört da gerne rein. Würden wir uns darüber freuen, auch über eine gute Bewertung und natürlich auch über ein Like oder Kommentar, je nachdem wie das geht. Gut, damit würde ich sagen, wir hören uns später wieder. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join und das war es von mir. Bis später. Ciao, ciao und wie immer Stay Krypto.